hallo ihr leben aus dem kangourme in palma und wir haben was bekommen wo schon viele lange darauf warten es ist endlich wieder da nein es ist nicht mickey maus und es ist auch nicht sandra es ist unser marzipan heute einsortiert in unserem kangourme wir haben wieder unseren heiß begehrten goldbar 500 gramm im geschäft natürlich den kleineren 250 gramm und auch wieder unsere ganz beliebten herzpralinchen in der vorteilspackung sage ich mal in der schönen schönen verpackung 200 gramm als herzpraline richtig schöne kleine herzpralinen marzipan mit dunkler schokolade ummandelt ganz hoher anteil an mallorquinischen mandeln kein rosenwasser kaum puderzucker das macht dieses marzipan unheimlich luftig weich aromatisch wie nennt man das wenn es feucht ist wie nennt man so ein marzipan wenn es feucht ist schatzi wie nennt man das saftig 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 und viele von unseren lieben leuten kennen das marzipan ist wirklich ein ganz ganz tolles edelmarzipan was eigentlich zu weihnachten nie unterm baum fehlen darf und die bäume werden immer größer danach gefragt also viele darauf gewartet weil sie es von den letzten jahren kennen und jetzt ist es da kommt vorbei und wenn ihr dann da seid und das marzipan probiert ihr könnt euch bei uns auch probieren können wir gleich noch was anderes anschauen wir haben noch mal ein tolles neues produkt für euch und zwar ich gehe mal auf die andere seite jetzt kannst du weitergehen und zwar haben wir seit diesem jahr vielleicht auch einige schon von euch wissen unsere tolle eigene schokolade mit unseren goldmandeln das ist die 75 prozent kakaoanteil aus nicaragua sind auch eine edel schokolade toll zum teekaffee so sieht sie dann wie gesagt ich sag immer nackt aus und verpackt in dieser unheimlich schicken kartonage einfach auch die haptik ist so schön fest sie einfach ganz toll an dann neu ich glaube erst vor drei tagen eingetroffen kennt vielleicht auch viele mallochiner lieben das sind kandierte orangen mit der tollen edel schokolade scharf bleibt ja auf der seite mal guck mal weil wir haben sie nämlich halbiert weil es sieht einfach nicht sexy aus wenn der mann dir gegenüber sitzt ein wermo trinkt oder gin tonic trinkt und du hast die ganze orange im mund das haben wir gesagt eine halbe passt zum trink unheimlich gut wir präferieren die unheimlich gut zum vermut weil vermut ja meist die orange beinhaltet aber einfach so zum snacken zu unserem tollen mann liqueur das natürlich auch ein winter highlight und dem süßen rum passt das perfekt ja kommt vorbei probiert das marzipan holt euch das marzipan für diejenigen die schon darauf warten und ja schaut euch unsere andere produkte auch an die orangen und wir freuen uns auf mein mann muss ein bisschen was trinken wir freuen uns auf euch hier im kann gourmet macht das gut ihr leben alles lieben bis zum nächsten mal und warte ganz kurz noch ich glaube du hast es schon auf die online seite gestellt im online shop das marzipan ja also online marzipan ist schon online ja die fotografiere ich noch die nächsten tage ich sag mal heute morgen und dann geht es auch in den online shop guckt rein